Wow! Ja, sehr gut. Oh! Sorry, Tom. Das wäre so heftig, Digger. Auf Bizeps, oder was? Auf Bizeps einfach. Du weißt schon, dass wenn du ihm ans Mikro gehst, wir können nichts verwerten, was wir sagen. Doch, doch. Natürlich! Natürlich! Oh geil, ich bin so... Alter... Ach... Während wir uns kurz aufwärmen, erzähle ich euch schon mal kurz, was wir heute machen. Wir sind heute bei uns im Open Gym und spielen eine Runde Game of Stunt. Mit dabei sind Toppy, Lenz, Fongy und ich. Abonniert jetzt gerne schon mal den Kanal und liked das Video. Und jetzt erklärt euch Lenz, wie das Spiel funktioniert. Er gibt uns dann vor. Wenn er es packt, müssen wir ihn nachmachen, kriegen Husten an, wenn wir es nicht packen. Wenn er es nicht packt, gibt ein anderer vor. Wir machen einen Toss-One-Arm-Stretch. Äh, Toss-One-Arm-Lip, lip, 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 sorry. Ja, ich war noch ein bisschen. Und dann TikTok rechts auf links. Wenn er verkackt, kann jemand auch... Rechts auf links? Ja, ja. Willst du links auf rechts, von mir aus? Wir machen links, rechts. Wenn er für dich besser ist? Okay. Alles klar. Oh mein Gott. Alter, das wäre so wild, wenn du den noch geholt hattest. Aber ich finde, Toss-One-Arm-Links ist ja auch voll eklig. Ja, ist wild. Also links zu catchen nach dem TikTok ist einfacher, glaube ich. Wir machen... Mein Gott. Fongy. Pull-up, lock. Adjust. Rechts-Tort. Boah, Digga. Boah, schwer hast du es geschafft, Alter. Da hat er jetzt nicht gesagt, der Ben hat Justo. Gib mir die Tort. Oh, ja. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Das seht nicht. Das seht nicht. Warum links sich hin? Komm, wir machen mal hier. Toss-Torch-Tik-Tock. Nein. Das kannst du gleich machen. Wir machen entspannte Vorgaben. Wir machen Prep Hand-in-Hand-Block. Einfach mal... Einmal einen hitten, weißt du? Ja, ja. Nur mal. Hand-in-Hand und Block einfach. Muss einer hitten. Fangen wir halt mit Basics an. Er droppt eh als gut. Als Symbol. Yo. Maschallah. Geil, Digga. Der Typ. Das hast du dir vorgegeben. Ja. Ich hätte auch voll eigentlich gerne einen Kind von ihm. Ey, geil, das sind beide Linkspotter. Da sind wir Experten. Ja, bei so guten Leuten, da braucht man doch keinen Spotter. Wohin? Wie kommt die denn da hin? Ja. Was ist mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Ähm, ja. Machen wir auch, ne? Oh, meine Knie, mein Herz, mein Rücken, mein Arsch. Oh, ja. Eins, Maul. Das ist nicht schlimm. Oh. Komm, ich hab sie gesagt. Ja. Ja. Alter, meine Stelle. Ja, ja. Du kannst eher eine Vorgabe. Das ist nicht schlimm. Ja, ja. Du kannst eher eine Vorgabe. Das ist einfach zu low für uns. Ja. Du. Weißt du, ich hab gerade gewonnen. Ihr habt beide ein S, Leute, ne? Scheiße. Oh, das nimmt mir keiner mehr. Ich war noch nie so glücklich. Ja, ist das gerade. Was macht ihr? Komm, Junge. Ah, ach so, ja. Oh. Jetzt machen wir mal die vernünftigen Sachen. Komm. Erst mal hinten, Junge. Direkt. Oh. Boah. Mann, das ist voll schwer mit euch drei. Ihr seid so ander. Das ist ja die Schwierigkeit der Vorgabe. Obwohl, theoretisch, seit ... Ja, ihr habt so ... Ja, ihr habt so ... Widerhalb von allem ein bisschen. Wir machen rennen wir auf das Strasch. Ich glaube, wir sind nicht näher aneinander als ... ... als Toppie. Von allem viel, Digga. Von allem viel, Digga. Zeig, was kannst du. Oben können wir eh besser, Digga. Ja, ist so wirklich. Weißt du, wir beide ... Ist wie immer. Weiß nicht so schlimm. Oben kann ich immer besser. Alter ... Ähm ... Komm, du Digga. Ja. Ähm ... Ey, tut mir echt leid, Leute. Kann er nicht angehen. Na ja. Vielleicht kommt eh so Vorgaben von ... Ja, dann bin ich auch raus. Okay. Easy. Ach ... Na ja, okay. Komm, Balué. Mach mal weiter. Gib ihm Buss. Ja, mach ich. Kein Ding. Ja, okay, Alter. Komm, easy. Ja, Alter. Der Typ hat Gains. Ja, du bist so scheiße. Ich wollte einfach nur was essen, ne? Esst Tee. Aber du hast Vollgame jetzt. Ja, wir machen Vollup QP, Pizzaman einfach. Du musst an der Vorgabe auch stehen, ne? Kein Problem. Okay. Boah. Hey, Just. Oh, 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 oh! Mann! Schade, ey. Das ist richtig gut, Mann. Digga, der hat so entspannte Drops heute. Ach, Mann. Ey, da wollen wir richtig. Ähm, ja. Ich muss ehrlich sagen, den hätte ich nicht mal probiert. Ja ich weiß, du hättest auch ne Chance gehabt, dass das vielleicht steht. Schade. Das wär krass. Vor allem, du hattest ja einfach so. Ja, aber ich hatte keine Zeit zu adjusten. Einen einzigen Versuch, ne? Ja, Rewind, oder? Hat jeder einen Timer schon, oder? Nö. Okay, das war mehr für Fongy, mir ist das relativ lax. Ach, halt's doch, du Fresse. Warte mal meine Fresse, Digga! Okay, pop off. Oh mein Gott. Digga, das war ja wirklich scheiße, Digga. Also das kann ja wirklich nicht angehen jetzt hier, ja. Was hat er jetzt? STU, ja. Ich bin bei S. Das war ja aber wirklich ganz anders. STU, jetzt du. Ich war S. Tobi geht gleich einfach aus der Halle. Ich kann ja nicht angehen, also wirklich. Ich hätt aber auch nicht gedacht, dass ich ein Rewind stehe. Ich weiß, ihr denkt immer, fliegt alles nach links bei mir. Ja, tut's nicht. Ach so. Ich sporte wirklich ungern auf der Seite. Ach ja, scheiß auf. Eigentlich will ich nur, dass die auch eine Chance haben. Selbstverständlich. Oh. Oh. Oh, als ob er der saved. Jungs! Wir sind da hinten einfach stehen geblieben, weil ich dachte, der dropped. Naja. Wir starten gut in die neue Runde rein, Jungs. Hup, huup. Full Up. Rechtslipp. Tick Tock. Full Around. Das ist der Block. Tick Full Around. Tick Full Around? Tick Full Around. Alter, das ist mich gar nicht. Full Up, Lipp. Tick Tock. Nach rechts. Und nach voll. Ey, mach dir keinen Stress von dir, du hast ein Versuch. Jetzt habe ich Angst. Du, ne? Ja. Wir machen Toss-Extension, Extended-Full-Warm-Block. Das langt ja erstmal. Schön viel, ja? Aber machst du so? Ne, ich mach so. Also oben? Mhm. Ich wollte Double machen. Ja, ich gebe was vor, was wir alle lieben. Wir sind alle sehr erfahren da drin. Toss-Shoulder-Stand. Schon gemacht? Ja. Kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Mach mal ordentlich, sagt sie. Toss-Shoulder-Stand, wirklich. Ja, oder direkt in den. Okay. Du machst wie Toss-Hands einfach. Ich nehme mir das Bein. Und wir können auch hier hochhalten, wir können auch nur hier, ist egal. Ja, ja, ja. Einmal hochhalten für Finish, okay. Toss-Shoulder-Stand. So weit ist es schon gekommen, Alter. Aua, Aua, Entschuldigung. Hat mit Gesicht gefangen. Oh, ich hab ihre ganze Wirbelsäule einfach so gespürt an meinem Kinn. Einfach sojeinnig. Oh. Eure schönerschöne Stand. Aber das darf keiner sehen, sonst muss ich es auch noch machen. See zu groß. Ich find geil, dass wir immer hier links beide stehen. Habt ihr das gesehen? Ein Glück an mich! Ein Glück! Das wäre so heftig, Digga. Oh mein Gott! Hä, Digga, ist doch kein Ding! Toss Bizeps, oder was? Oh, Bizeps, einfach! Toss Half. Ich habe Angst, dass ich den hier mache. Toss Half. Echt, irgendwie? Reverse. Top Off. Welche Richtung willst du? Ja, wir machen normal. Oh, war das breit. Digga, Alter. Okay, komm. Du denkst, ich bin weit. Digga, die Füße sind nicht zusammen. Boah! Ja, das zählt. Aber du bist so... Okay, er tippt. Ja, wir haben gestern, da haben wir es auch schon gemacht, aber haben wir einfach in die gleiche Richtung gedreht. Ja, er wird sehr bei Frauen, also. Naja, ich habe nur einen. Ist so. Ein Bruchstamm noch. Ich habe nur einen Versuch. Du darfst aber gleich vorgehen. Ja. Du hast noch nichts, ne? Ich hab noch nichts. Aber jetzt. Das ist meine Spezialität. Der OZ ist den ersten Buchstaben. Hä? Spot, ne? Ja. Aber gut, ja. Sehr schön. Ich glaube, du bist vorne. Ja. Die will mich heute gut aussehen lassen. Ähm... Ja, wir können das eigentlich... Wie kann Luki noch keinen Buchstaben machen, Alter? Er ist die größte Pfeife von uns. Ey! Ja, ist doch so. Ich bin Tommler. Ich bin Tommler. Wir können das doch nochmal machen, einfach dann mit Reverse Extension. Toss, Reverse Extension. Dann machen wir Backhands, Half, Full Round. Ja, komm. Entspann. Hey, komm. Also wirklich. Was soll ich vorgeben? Halt's Maul, ja. Musst du auch hitten. Ähm... Ich geb das vor, was Toppi grad machen wollte. Also, Half-Abb, Half-Abb. Oh, nein! Halt's ob! Ey, Toss, Half, Extension, Half-Abb. Oh, nee. Half-Abb. Das gleiche. Das gleiche. Ey, geil, Toppi. Wir haben es beide geschafft, eine Half-Abb. Entspann, Digger. Ich glaube, jetzt erst mal den Half-Abb. Wir hätten One and a Half machen sollen. Ja, aber den würde ich nicht sehen, glaube ich. Ui, in die Spagat. Entspannend, Digger. Hahaha. Scheiße. Scheiße. Sehr egal. So. Okay, geht los. Kein Problem. Viel Spaß bei den Buchstaben. Alter, ich schwirma. Wir haben heute schon ein Versuch mehr. Der Tor war einfach das Schwierigste. Ui. Komm, wenig. Mach nix. Ratsch. Ui. Komm, 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 komm. Ui. Der Junge. Das zählt. Das ist ja wirklich unbegreiflich. Wie kannst du in der Extension so machen und in der Lipp auch noch abschmieren, Alter? Ey, nun haben wir mal Margarine. Hier irgendwie, ich muss noch rutschiger werden. Ja, schön. Digga, wenn der auch in der Choreo so konzistisch wäre, ne? Pssst. Puh, Alter. Du hast ja original das gemacht. Ich geh vor, oder? Ja klar, es ist Huff-Round. Da darfst du auch nix machen. Das ist Ego, oder? Wir machen das gleiche nochmal, Bruder. Diesmal aber Reverse Kewpie, Digga. Was? Gib ihm Böse. Aua! Guck dir den Nagellack an, jetzt. Der Nagellack ist völlig abgeblättert. Toss Reverse Kewpie. Und dann Pop-Off, halt, andersrum. Also halt so. Gott ist das eklig, Mann. Was denn? Was denn? Du holst doch oben, Digga, hätt noch nicht einen Buchstaben. Komm mal, Lui. Oh ja. Geil. Geil. Okay. Ja, das war cool. Kein Problem, Bruder. Den wird's geben, denk ich. Hier, beide, Funky. Ey, mein Buchstaben immer noch von Hand in den Prep. Weißt du, Tobi hat wenigstens alles gedroppt, aber du hast nur den Hand in den Prep. Ja, wirklich? Du hast nur den Hand in den Prep. Oh Mann. Ich hab wenigstens Drop durchgezogen. Oh! Oh mein Gott. Ich hab mir vor gedacht, dass sie stirbt. Wie sie mich angeguckt hat. Oh! Das war richtig schlecht. Okay, S. Na ja. Ist halt so, ne? Leute, wie fühlt sich das an? Wer gibt vor überhaupt? Du? Ich, ne? Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mach einen, was, Digga. Front Hand Spring ab. Ja. Ja. Ja, da, ja. Yo. Wirklich? Ah ja, superschön. Ah ja, geil, Digga. Bam. Ja! Das wär so ein Safer Buchstaben auch schon wieder gewesen. Ja! Scheiße! Was machst du, Front Hand Spring? Ja. Das war so klar. Komm, Digga, Funky, wir machen Front Hand Spring. Ey, aber ich hatte ja wenigstens einen Versuch schon mal, for free. Ist so. Du hast schon mal einen Timer gemacht? Ja, ja. Timer. Das war meine Timer-Runde. Äh. Digga, er ist einfach sein eigenes Sidebase. Er zählt. War hässlich wie sonst was. Egal! Hauptsache ist toll. Hauptsache ist toll. Ich anfangen? Ja. Jungs, auf der Matte muss der auch irgendwie stehen. Wir müssen immer in einer Routine spielen, Leute. Boah. Also, so wie hier gerade irgendwie dicker Köpf, dass die oben bleibt. Ja, und da ist immer so. Oh ja. Das dürfen nicht unsere Trainer sehen. Ich hab heute Tost... Warum kampf die nicht in der Kurve? Wo bleibt der Kampfgeist? Mach mal lieber. Kein Ding, es ist dann kein Gehüttel. Schaff schon. Komm mal auf, mein Junge. Ah, du Mann. Pfff. Der 1. war okay. Der 2. Der 2. Der 1. war auf die gleiche Stelle, Alter. Der 1. war so okay. Beim 1. hat er aufgewärmt. Der 1. war aber richtig. Oh. Oh. Zählt er? Das ist das S. Der zählt, oder? Natürlich. Ja, ja. Hä? Der war ja ein QP, Digga. Aber, aber... Ich wollte ihm nur noch was Timing versauen für Lenz jetzt. Damit der auch droppt. Guckt euch mal jetzt erstmal diesen TostQP an. Mann. Ey. Ja, fürs erste Mal nicht schlecht. Wir können auch weiter machen. Ey, ey. Luki, das ist toll, dass du das Timing versaut hast. Ich hab für ihn das Timing aufgewärmt. Ja, ich hab alles gegeben, damit du jetzt droppst, ey. Einmal kurz Fongi verwirren, was sie tut. Ja, komm, Junge. Ja, gar kein Problem. Wir sind die schlechtesten Spotter der Welt, Alter. Ich hab so Essig gemacht. Er läuft drei Meter nach vorne. Wir so, ja. Hat er wohl. Ich muss was trinken. Ja, pull up the plate. Halte, halte es mal. Ja, sehr gut. Oh! Sorry, Tom. Ich stande mit Geier, das merkt man. Weißt du, ich mach hier so perfekt, wie man machen soll. Sie kommt hoch. Dann ist halt reversed. Sie stande mit Geier. Ich mach perfekt. Lieben wir. Nee, ich mach perfekt nix. Ja, ja. Ich soll ja immer nix machen. Hello darkness. Ähm. Ähm. Der Torstküppi. Oh, Fongi. Du kannst mal einfach zu reden dabei. Torstbizepsgall. Ach du. Ey, jetzt zum Haufen. Okay, okay. Mach nochmal. Boah. Ey, der war richtig knapp, Alter. Wow, das war... Ey. Der wird raus. Der wird raus. Ey, ich hab mir voll Sorgen gemacht, dass wir das auch machen müssen. Der ist nur Outtakes. Der ist nur Outtakes. Der ist in den Outtakes. Ey, wir machen einen ganzen Tag. Okay, natürlich. Entspannt. Ja, komm jetzt. Ey, Popper. Der zählt. Der zählt. Den machen wir mit. Der ist in Ordnung. Komm, Luki. Hey. Wir lassen den drin. Danke. Ist okay. Der muss heute Abend auch was haben, um sich zu freuen. Ja, genau. Also, mir gehen ein bisschen die Ideen hier aus. Ja. Ja, wir machen Toss Hands. Lipp. Was? Back Hands. Links Lipp. Back Hands. Kewpie. Back Hands. Links Kewpie. Ein bisschen Warm Up. Warm Up. Das ist cool. Das ist Cooldown. Das ist Cooldown. 5 Minuten Cooldown. Toss Hands? Ja, ja. Und dann die andere Lipp. Dead Toss Hands. Ich sag mal so. Dead Toss Hands ist nicht so Fongi Stärke. Nö. Krank. Krank. Oh. Der Fongi hatte Schwäche an verloren. Schlage, Digga. Oh. Warum droppst du dich? Ich war so Kewpie. Ja. Lernst du zu, oder soll ich? Ja, lass Luki, sonst das geht kürzer. Ja, okay. Dieses Bad Ding ist echt. Komm, gib ihm. Oder warum geht es auch nicht? Ja, ist so. Ja, stramm. Aber läuft es jetzt schon raus. Geil, Digga. Tschüss, Digga. Von dem kann man noch was lernen. Cube und Pi, Digga. Geil. Jetzt kommt seine Stärke. Ja, Mann. Geil. Oh, Mann. Oh, das hat ganz fehlt. Tom, was schaffst du? Du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Da seh ich dich. Dead Toss Brust, oder was? Das war entspannt, Digga. Längstens schwierig. Geil. Ich bin entzückt. Ja. Maschine. Weißt du. Ach so. Wofür? Was wollt ihr machen? Bona, Bona am Lipp. Schön. Okay, Elli. Ich bin so da. Ich schwöre. Komm Elli, auf geht's. Ich laufe mit. Du behast mich nämlich. Wofür die Angst, hä? Mensch, also... Also wenn Luki nicht da gewesen wäre, da wäre sonst was passiert. Scheiße. Scheiße. Das ist das U, oder? Das ist das U. Ja geil, dass du seit einer Stunde auf Stuhl hängst. Auf Stuhl. Stuhl. Wer ist dran? Ich. Hey, 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 hey. Mir ist dran. Du hast gerade Bona Bona am Lipp vorgegeben. Ach ja. Stimmt. Aber was habe ich dir vorgegeben zuerst? Stimmt. Wer hat denn Toss Hands... Das hat auch Geier vorgegeben. Hast du gerade zweimal hintereinander vorgegeben? Was? Du hast doch... Ja, das eine war ja dann auf einmal mit Tom, so Challenge-mäßig. Ja, okay. Bona weiß gar nicht mehr, wo sie... Was macht sie überhaupt? Alter, mein Kopf drühen auch. Also mit Tumbling, dann mit den Bersons, dann mit den Führers, also... Wir machen Toss Rechtslip und dann immediate TikTok links auf rechts. Also rechts, links, rechts. Geier Geschenkvorgabe. Was? Geschenkvorgabe. Ja. O mein Gott. Wir haben ja einen wettesten Haustack. Oah, Dinger. Witz du oder ich. Ja, mach. Ich hoffe, einer von euch droppt, dass der so verdient. Alles über Kopfhöhö zählt. Und schweres dann auch unter Kopfhöhö. Ja. Oh, scheiße. Ja. Ja. Oh, ja. Und schweres dann auch unter Kopfhöhö. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Direkt. Komm. Oh. Das ist spannend. Ja. Das sah genauso aus wie bei mir eigentlich. Eigentlich ja. Ja, ja, ja. Und picke nach unten da oben. Ich hab halt hier eine Seitenlage. Ich hab hier eine Seitenlage. Ja. 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 Wir haben auch Fenster aufgemacht. Hand in Hand, extended to QP. Ach Gott. Pats. Oh, damit kommt der jetzt wieder an. Bestimmt noch QP jetzt wieder bindet. Oh, nein, 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 nein. Ah, ja. Oh, Mann. Kommt der Schi. Toast Gitarre oder was? Ja, Mann. Jetzt sag mal was. Was machen wir? Mir fällt nichts ein. Wir können auch das abschließen hier. Mit ST, STU, S2N. Ist halt so. Dann ist jetzt. Ja, dann ist halt so. Dann machen wir jetzt Groupstand weiter. Groupstand mit Le-H. Le-H? Ja. Du bist der Gewinner der Herzen. Wir teilen uns den Zweifels. Ist kein Ding. Dann bin ich fair. Dann bin ich Sportmann. Ja. Alleine ich guck einfach nur zu. Ready? One, two, down. Off. Yeah. Yeah, 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 yeah. Und ja. Hey Marcel, kannst du gleich strutten? Wir wollen Shotgun machen. One, two. Bye. What we doing with me? Andreas. ieux. Bis zum nächsten Mal.